Brandeins-Fans kommen in dieser Episode besonders auf ihre Kosten. Das kann ich Christian Bollert direkt im ersten Satz versprechen, denn hier im gemeinsamen Podcast von Brandeins und Detektor FM feiern wir ein Jubiläum. Diesen Podcast hier gibt es ja schon seit mehr als acht Jahren, aber das Brandeins-Magazin ist noch mal deutlich älter. In diesem Jahr sind es fast unglaubliche 25 Jahre Brandeins. Der Brandeins-Podcast. Wirtschaft anders denken. Ende der 90er entwickelt Gabriele Fischer zusammen mit dem damaligen Art-Director Mike Miri das Brandeins-Vorgängermagazin Aconee, passend zur New Economy. Sie reagiert damit auf eine neue Art Wirtschaft, die sich da so herausbildet, dank der Digitalisierung, neuen Formen der Arbeit und einem neuen Selbstverständnis junger Unternehmerinnen und Unternehmer. Gabriele Fischer findet diese Themen und Perspektiven beim Manager-Magazin, für das Silvestalen schreibt, nicht ausreichend berücksichtigt. Aconee erscheint im Spiegel Verlag, bringt es jedoch nur auf zwei Ausgaben und dann stoppt der Verlag das Magazin. Viele Geschichten enden ja an dieser Stelle, nicht jedoch die Geschichte der Brandeins. Denn die Redaktion entscheidet sich auf eigene Faust weiterzumachen und etabliert mit Brandeins schließlich die Marke, die heute im deutschen Wirtschaftsjournalismus nicht fehlen darf. Gabriele Fischer ist Brandeins-Chefredakteurin, Mitglied des Vorstands und die personifizierte Geschichte der Brandeins und gemeinsam mit dem stellvertretenden Chefredakteur Jens Bergmann, der auch schon seit Anfang der Nullerjahre mit dabei ist, sprechen wir heute über 25 Jahre Brandeins. Denn diese 25 Jahre stehen auch für fortwährende Veränderungen, viele Krisen und immer wieder auch für Aufbruch. Vor gut fünf Jahren haben wir anlässlich der neuen Redaktionsräume der Brandeins von zehn Jahren Detektor und 20 Jahren Brandeins schon mal gesprochen. Und seitdem ist unglaublich viel passiert. Umso mehr freue ich mich, dass ich sowohl Gabriele als auch Jens mal wieder im Brandeins-Podcast begrüßen darf und sage Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Christian. Irgendwie wirkt unser letztes Gespräch fast wie aus einer ganz anderen Zeit. Also 2019, da gab es noch kein Corona und keinen russischen Angriffskrieg. Es ist tatsächlich so. Wir sind hier eingezogen. Als wir noch dachten, es geht eigentlich alles so gerade weiter, ist es nicht. Sondern Corona hat uns schwer gebeutelt. Und der Angriffskrieg geht uns, glaube ich, allen an die Nieren. Ja, aber Corona hat uns auch eine neue Arbeitsorganisation beschert, kann man sagen. Also wir machen doch heute viele Dinge, von denen wir vor fünf Jahren gedacht hätten, dass sie gar nicht gehen. Zum Beispiel das Heft remote zu produzieren, neue digitale Tools zu nutzen. Dinge, die, glaube ich, für viele Unternehmen gelten. Dass manchmal braucht es eben irgendwie eine Krise damit, was vorangeht. Und das gilt auch für uns. Was uns, glaube ich, unterscheidet, ist, dass wir vieles beibehalten haben, was sich bewährt hat. Also ja, um das Positive mal zu sagen. Über die Sachen, die ihr beibehalten habt, werden wir sicher auch in diesem Podcast noch sprechen. Würde mich nämlich tatsächlich auch sehr interessieren. Aber würdet ihr so weit gehen, wenn man nochmal auf die Veränderungen der letzten fünf Jahre schaut, dass das so die krassesten Veränderungen der vergangenen 25 Jahre gewesen sind? Oder ist das dann auch zu viel? Ich weiß es nicht. Also wir haben uns tatsächlich über die ganze Zeit immer wieder entwickelt und weiterentwickelt. Und wenn man sich überlegt, also vor zehn Jahren jetzt, glaube ich, haben wir den Podcast mit dir gestartet, weil du so hartnäckig warst. Allerdings. Allerdings. Und haben ja in den ersten 20 Jahren auch schon einiges an zusätzlichen Ideen verwirklicht. Also wir haben damals schon unser Peergroup-Training eingerichtet gehabt. Darüber haben wir bestimmt auch damals schon geredet, weiß ich jetzt nicht so genau, glaube ich. Aber wir haben, wie gesagt, uns von dem Magazin immer, immer mehr erweitert. Aber Corona hat uns wirklich sehr zugesetzt und hat dazu geführt, dass wir uns auch nochmal überlegt haben, wie wird das eigentlich weitergehen? Und in der Folge von Corona haben wir dann gesagt, wir brauchen ein neues Mitglied im Vorstand, der diesen Laden in die Zukunft führt und wirklich managt und dafür sorgt, dass wir nochmal 25 Jahre schaffen. Das haben wir dann gemacht. Du sprichst Holger Volland an. Genau, ich spreche Holger Volland an, den wir dann im März 2021, ne Quatsch doch, warte mal, wann war Corona, mein Gott, 2021, an Bord geholt haben und der zu uns kam. Also der jetzt seit dreieinhalb Jahren da ist, kannst du rechnen, wie das war. Von der berühmten Seitenlinie aus, dann hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, aber auch wenn man so ein bisschen neben euch steht, dann erkennt man auf jeden Fall, dass die Brandeins-Familie kontinuierlich wächst und dass da immer wieder was Neues, auch der Zukunft regelmäßig neue Ideen und auch Produkte. Den Podcast hast du angesprochen, aber auch so Trainingsgeschichten. Gibt es da irgendwas, was euch in den letzten Jahren besonders positiv überrascht hat, wo ihr gedacht habt, ja, machen wir mal, aber hätten wir nicht gedacht, dass es so gut ankommt? Ich glaube, dass die Peergroup-Trainings und auch die Events, die das Team um Patricia Döhle seitdem auf die Beine gestellt hat, ein bisschen Anlauf brauchten, wie jedes neue Geschäft, aber inzwischen wirklich, wirklich sehr gut läuft und ein weiteres starkes Bein geworden ist. Das ist sicher so. Ja, also für mich ist es auch das Paradebeispiel. Also klein angefangen und dann hat es sich wirklich sehr, sehr, sehr gut entwickelt und auch in die Brandeins-Familie toll integriert. Es sind ja viele Fans des Magazins auch, die bei den Peergroups teilnehmen oder die Masterclasses buchen oder unser Brandeins-Deep-Format, also eine Online-Weiterbildung. Ja, und wir haben ja vor einiger Zeit mal einen Tag gehabt, einen Strategietag, an dem alle Projekte, die wir mittlerweile machen, vorgestellt wurden. Und obwohl wir hier wirklich eine überschaubare, eine kleine Firma sind, habe ich selbst gestaunt, was alles passiert bei uns. Wir machen Newsletter, wir haben jetzt mit Robert zusammen einen Buchverlag Brandeins-Books, wir machen ein Kindermagazin mit Weil. Also das ist enorm viel und es ist erstaunlich für die eigene Belegschaft und für mich, dass wir das alles irgendwie hinkriegen. Was ich tatsächlich auch sehr, sehr spannend finde, wenn man so ein bisschen so aus unserer Perspektive oder so von draußen drauf guckt, könnte man so ein bisschen flapsig sagen, ihr könnt auf jeden Fall Krise. Also da war irgendwie Dotcom, dann 11. September, Finanzkrise, Eurokrise, jetzt die Krisen, über die wir auch schon so am Rande gesprochen haben, Corona, das euch auch hart getroffen hat. Und nebenbei verändert sich ja noch die Medienlandschaft massiv. Also ich erinnere mich noch, 2016 kam WLAN in der Deutschen Bahn und seitdem beobachte ich mich auch selber dabei, wie ich wesentlich häufiger nicht mehr in den Kiosk gehe oder wesentlich seltener in den Kiosk gehe, wo ja ihr klassischerweise sehr, sehr gut platziert seid. Aber ich könnte mir vorstellen, Kioskverkäufe ist schwierig. Kioskverkäufe sind sehr schwierig. Wir hatten ja, das war einer der Schläge durch Corona, dass wir viel am Bahnhofskiosk verkaufen oder an den Flughäfen und Bahnhöfen und die waren zu. Das war für ein Jahr, gab es da kein Geschäft mehr. Und es hat gedauert, bis das wiedergekommen ist. Und gleichzeitig passiert das, was du gerade beschrieben hast. Und das sorgt dafür, dass wir bis 2015 eigentlich kontinuierlich gewachsen sind und zwar ohne große Marketinganstrengungen, vor allen Dingen durch Mundpropaganda. Und seitdem nimmt die Liebe nicht ab. Das merken wir bei unseren Online-Auftritten. Aber die Leute kaufen das Heft nicht mehr so viel, wie sie es früher gekauft haben. Und deswegen bieten wir ihnen jetzt eben die unterschiedlichsten Formate an, um unsere Inhalte weiterzubringen. Brandeins-Chefredakteurin Gabriele Fischer und Jens Bergmann, stellvertretender Chefredakteur, im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen natürlich noch eingehender über 25 Jahre Brandeins und die damit verbundenen Veränderungen, Herausforderungen und vielleicht eben genau auch die von Jens Bergmann angesprochenen Dinge, die heute noch so sind wie vor 25 Jahren. Ihr beiden, jetzt haben wir schon viel über die letzten 25 Jahre gesprochen. Wie fühlt sich das eigentlich für euch an? Also ist das sehr, sehr weit weg, so 1999, 2000, 2001? Jens. Also wir arbeiten ja gerade am Jubiläumsmagazin. Das ist übrigens eines der besten Magazine, die wir je gemacht haben. Das sagen wir allerdings von jedem Magazin. Das ist eigentlich erstaunlich, dass wir das immer wieder hinkriegen, daran zu glauben, das beste Magazin aller Zeiten zu machen. Also durch diese Rückschau, den wir natürlich jetzt auch vornehmen, kommt einem das auch wieder nahe vor, diese Dinge. Auf der anderen Seite liegen sie weit zurück. Also ich tue mich zum Beispiel auch schwer, an die Corona-Zeit mich noch zu erinnern. Wenn man zu Hause mal eine Schublade aufmacht, dann sieht man so eine komische Maske und denkt, okay, damit musste man mal rumlaufen. Also es ist ja auch gut, wenn man bestimmte Dinge einfach vergisst oder verdrängt oder so abbuchen kann. Okay, da sind wir durchgekommen. Ich glaube, was für uns, obwohl ich nicht ganz von Anfang dabei war, ganz wichtiger Punkt war, wir haben nie diese goldenen Zeiten des Zeitschriftenmachens erlebt, wo man also mit Geld zugeschüttet wurde und so viel verdient hat, wie nur Drogendealer sonst. Wir sind ja sofort sozusagen in einer kritischen Situation auf die Welt gekommen. Der Spiegel hat uns abgetrieben. Da standen wir dann plötzlich da ganz alleine da. Und ich glaube, das ist etwas, was uns von vornherein geprägt hat, dass es immer Widrigkeiten gibt, aber dass man diese Widrigkeiten überwinden kann. Wie ist es bei dir, Gabriele? Also ich denke öfter an diese Anfangszeit, weil ich darüber öfter reden muss. Aber es ist genauso, wie Jens sagt. Also wir sind auf die Welt gekommen. Also die Econi-Zeit muss ich gar nicht dafür nehmen. Aber die Brandeins-Zeit war ja auch so, dass wir 1999 die erste Ausgabe gemacht haben und dann das erste Jahr oder die ersten Ausgaben und dann kam 9-11. Und dann ist die große Medienkrise gewesen. Und so ist es eigentlich immer weitergegangen. Ich glaube, dass man Krise lernen kann, dass man eine bestimmte Form von Resilienz, schreckliches Sport, aber wir wissen, glaube ich, was wir meinen, dass man das lernt. Wenn man die ersten drei Krisen überlebt hat, dann sagt man sich bei der vierten, na gut, jetzt sind wir wieder da, nun müssen wir X machen, nun müssen wir Y machen, nun müssen wir gucken, wie wir das Geld zusammenhalten. Und so geht das so voran. Ich glaube, dass es tatsächlich sowas wie ein Training in Krisen gibt. Wenn man nach 20 Jahren die erste Krise erlebt hätte, wären wir, glaube ich, jetzt schlechter dran. Wie kann man denn Krise lernen? Also du sagst, indem man es häufig macht, aber gibt es sonst noch Tricks? Ich glaube, der wichtigste Trick oder das Wichtigste beim Unternehmertum ist ja, dass man sich darüber im Klaren ist und das weiß jeder, der sowas schon mal gemacht hat, das wirst du auch wissen, dass ja nichts so kommt, wie man plant. Also es wird ja immer alles ein bisschen anders. Und ich glaube, Flexibilität und zu wissen, oh, ich hatte mir einen wunderbaren Tag ausgemalt mit drei Terminen, mit diesem, mit jenem und der beginnt schon mit einem Drama und die drei Termine passen noch nicht. Das ist eigentlich das, was das gesamte Unternehmerleben kennzeichnet. Und ich glaube, wenn man sich darauf von vornherein einstellt und dann nicht wütend ist oder dem hinterherweint, sondern sich darüber im Klaren ist, ah, jetzt ist es wieder ein bisschen anders gekommen, dann müssen wir jetzt eben geradeaus laufen oder nach rechts gehen. Das hilft schon sehr. Also ich kenne viele, die dann hadern oder sich auch schlecht behandelt fühlen oder so, aber dazu neigen wir bei Brandeins ja sowieso nicht. Wir sind ja nicht so richtig fürs Jammern begabt. Ja, was man vielleicht auch dazu sagen kann, Gabriele hat einfach eine große Gelassenheit, also auch in den schwierigsten Situationen und das, ich kenne das ja nun schon seit auch vielen, vielen, vielen Jahren, das strahlt auch aus. Also wenn man sich halt nicht so verrückt machen lässt und das vor allen Dingen nicht nach außen ausstrahlt und noch andere verrückt macht, das ist nicht die halbe Miete, aber es ist ein großer Teil der Miete. Ist auf jeden Fall ein Zeichen von Führungsstärke, würde ich auch so interpretieren. Jens, du hast angesprochen, es gibt auch Dinge, die sind heute noch so wie vor 25 Jahren, also die sind kontinuierlich, die stehen irgendwie für Brandeins und für mich persönlich ist es auch irgendwie so ein ganz klares Versprechen, wenn ich die Brandeins aufmache, dann ist irgendwie klar, das ist ein anderer Blick auf Wirtschaft, irgendwie anders als jetzt im Tagesgeschäft vom Wirtschaftsjournalismus. Wie würdet ihr denn definieren, was die Brandeins ausmacht? Was Brandeins auszeichnet, sind drei wichtige Dinge. Erstens, wir gucken auf Veränderungen. Wir wollen wissen, wo sich etwas ursprünglich in Richtung Wissensgesellschaft, also in Richtung, was passiert mit Digitalisierung und, 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 wo sich Wirtschaft verändert und uns interessiert dieser Veränderungsprozess. Was braucht man dafür? Wie kriegt man das hin? Und, und, und. Uns interessiert nicht so sehr, was alles schief läuft, was schon wieder schief gelaufen ist. Das interessiert uns nur, wenn wir daraus was lernen können für den Veränderungsprozess. und ich glaube, dass wir grundsätzlich eher konstruktiv, nein, das glaube ich nicht, sondern das weiß ich, dass wir konstruktiv an Geschichten gehen. Also die Geschichte darüber, dass es in irgendeinem Entwicklungsland oder in irgendeinem afrikanischen oder sonstigen Land schlecht ist und das ist furchtbar, das beobachten wir auch, aber die Geschichte würden wir erst schreiben, wenn wir jemanden gefunden haben, der dagegen etwas tut, der versucht, das besser zu machen. Weil ich glaube, dass wir alle viel besser mit Hoffnung zurechtkommen als mit dem immer neuen Hinweis, dass es ganz furchtbar ist in dieser Welt. Dann kommen wir mal direkt zur Hoffnung. Was macht euch denn Hoffnung, dass es auch in den nächsten vier, fünf Jahren für Brand 1 gut weitergeht, so wie in den letzten 25 Jahren? Also daran haben wir nicht mal den Hauch eines Schweifels, muss ich dir ehrlich sagen. Fünf Jahre ist zu kurz gegriffen. Also ich denke eigentlich schon an die nächsten 50 Jahre. Und da ich ja unsterblich werden will. Wirst du Chefredakteur auch in 50 Jahren sein? Das wird sehr lustig. Ich gucke von der Wolke aus zu. Nein, ich glaube, tatsächlich, also die nächsten fünf Jahre werden, wenn wir nur diesen kurzen Abschnitt nehmen, werden aufregend werden, weil, wie gesagt, wir haben viel angestoßen, viel gemacht, wir werden das ausbauen. Wir haben mit Holger einen CEO, der das auch kann und der das betreibt und der mit einer ziemlich großartigen Mannschaft, das muss man ja auch sagen. Also diese Leute, die hier sind, sind alles Leute, die krisenerprobt sind, die schon gezeigt haben, dass sie durch die schwierigsten Situationen durchkommen und sich immer wieder was einfallen lassen. Und das ist natürlich auch für jemanden, der als Chef hierher kommt, ein Geschenk. Ja, und was man ja auch sagen muss, ist, Gabriele und ich haben ja schon einige Lebenserfahrungen, muss man ganz freundlich so formulieren, aber wir haben ja mittlerweile auch sehr viele junge Leute an Bord, vor allem junge Frauen. Sozusagen, wir sind also, was so die Vielfalt und den Altersschnitt angeht, stehen wir eigentlich viel besser da als noch vor Jahren. Und was uns natürlich auch viel Freude macht, ist, dass die Marke sehr, sehr geschätzt wird draußen vom Publikum. Also wir sind ein Love Brand, kriegen also wahnsinnig viel positive Resonanz, was einen ja auch bestärkt. Und was aber natürlich auch die Basis ist für die Zukunft der Marke und des Hauses, des Medienhauses, das wir mittlerweile sind. Wenn ich noch einen Punkt anfügen darf, Gabriele hat ja zu Recht gesagt, wir suchen nach Lösungen, wir machen etwas, was manche als konstruktiven Journalismus bezeichnen, aber was für uns immer wichtig war, ist, dass wir Qualität liefern, dass die Fakten bei uns stimmen. Also wir haben von Anfang an zwei Kolleginnen in der Redaktion, die alle Fakten prüfen, Dokumentation heißt das ja, das ist etwas, was wir vom Spiegel mitgenommen haben, was aber viele Medien sich heutzutage gar nicht mehr leisten und für uns ist das gerade in diesen Zeiten, wo Fake News allgegenwärtig sind, ganz, ganz wichtig, dass das, was wir an journalistischen Texten produzieren, dass das Hand und Fuß hat und dass die Fakten stimmen. Ja, das finde ich sehr interessant, weil ihr ja gerade, ich sag mal, auch angesprochen habt, dass ihr auch sehr erfolgreich seid auf Social Media, aber eben die Basis sind dann am Ende doch wieder auch die Fakten, also das gehört ja offensichtlich auch beides zusammen. Unbedingt. Unbedingt, ja. Gabriele Fischer und Jens Bergmann von der Brand 1 im Gespräch und hier im Podcast geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Jetzt haben wir hier im Podcast schon so ein bisschen ja über die Herausforderungen und Chancen und auch die Perspektiven den nächsten fünf oder 50 Jahre gesprochen. In der vielleicht ein bisschen naiven Vorstellung gibt es ja auch immer mal Ideen, die ihr in Geschichten beschreibt, also im Heft zum Beispiel und die dann vielleicht auch für euren Alltag als Verlag oder als Unternehmen irgendwie spannend sind. Passiert das oder ist das dann doch eher die Ausnahme? Ich glaube, das sind eher Haltungen als konkrete Beispiele, Fälle. Also über Leute zu schreiben, die eben auch durch schwierige Zeiten gegangen sind und dann plötzlich die Idee, eine große Idee hatten oder Unternehmen, die einen großen Erfolg hatten und dann versucht haben, ihn zu wiederholen und gelernt haben, wie schwer das ist. Also wir lernen, glaube ich, aus dem Wirtschaftserleben der Fälle, über die wir schreiben, aber nicht so konkret, dass man sagen könnte, das machen wir jetzt nach. Wüsste ich zumindest nicht jetzt oder habe ich da was übersehen? Wir machen es nicht. Wir kriegen die Rückmeldung, dass von Leserinnen und Lesern, dass die sich durchaus inspirieren lassen von mancher Geschäftsidee oder von manchem Verfahren, wo sie sagen, Mensch, das könnte man auch machen. was für uns, glaube ich, ein großer Vorteil ist, wir gehen ja fair um mit unseren Ansprechpartnern und auch den Unternehmerinnen und Unternehmern, dass die sehr offen sprechen über Probleme, Lösungen, halbe Lösung, scheitern und das ist etwas, was wir auch verstehen können, weil wir selbst eine solche bewegte Geschichte haben. Also bei uns kriegt ja auch in der kleinen Firma jeder mit, wo es gerade mal hakt oder wo Erfolge sind und Misserfolge. Ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Aber dass wir uns jetzt direkt mal was abgeguckt hätten, nee, könnte ich mich auch nicht daran erinnern. Müsste ich auch nicht. Wie viele Leute arbeiten eigentlich in der Brand 1? Das interessiert bestimmt viele Hörerinnen und Hörer. 48 mittlerweile. Das ist ja auch für ein Medienunternehmen schon eine ganz ordentliche Zahl. Na gut, also Burda ist größer. Nein, also es ist nicht so riesengroß. Ich kriege öfter die Rückmeldung, dass die Leute das Gefühl haben, wir machen so viele unterschiedliche Dinge mittlerweile, dass dafür eigentlich die Mitarbeiterzahl eher klein ist. Wenn man sich mal überlegt, wie gesagt, wir machen Bücher, wir machen ein Wirtschaftsmagazin für Kinder, wir machen Podcast, wir machen so, also wir machen unendlich viele Newsletter, alles das. Ich vergesse mittlerweile, wenn ich irgendwie versuche, irgendwo aufzuzählen, dann anschließend habe ich immer rote Ohren und habe wieder irgendwas vergessen und muss mich dann bei den Kollegen entschuldigen, weil ich wieder was vergessen habe. Aber es ist einfach wirklich viel. Man muss es sich aufschreiben und dann kriegt man das einigermaßen hin. Auf der anderen Seite ist ja interessant, dass wir doch etliche Kolleginnen und Kollegen haben, die von Anfang an dabei sind. Ich bin ja noch nicht mal von Anfang an dabei, aber ich glaube, jetzt haben wir das doch fürs neue Heft, glaube ich, ermittelt. 13 Kolleginnen und Kollegen sind von Anfang an dabei und das ist für so eine lange Zeit. Nee. Nee, 13 waren es am Anfang und davon sind, glaube ich, fünf noch drei. Ah, okay. So ungefähr war es. Ja, aber jedenfalls doch erklecklich und mittlerweile haben wir einen guten Rhythmus zwischen sozusagen Neuzugängen und alten Silberrücken, wie man sagen kann. Ja, sagt man das oder ist das wieder politisch unkorrekt? Naja, egal. Damit kommst du zurecht, Jens. Okay, ich bin Boomer, ich darf das. Stichwort 25 Jahre, wenn ihr so zurückschaut und ich weiß, das ist eine ganz fiese Frage, aber gibt es so besondere Brandeins-Momente für euch persönlich? Also ist da irgendwas hängen geblieben, wo ihr immer mal wieder dran denkt und denkt, ja, ja, krass, das damals 2003 oder 2015 oder so? Also ich habe viele von diesen Momenten. Jens, magst du zuerst? Ja, mir fallen immer die Hefte immer ein, also die Cover, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind und mein Lieblingscover, sage ich ja immer gerne, ist Ende, Punkt, also was ja für uns gar nicht gilt, aber das fand ich unglaublich toll, da muss ich noch oft daran zurückdenken und dann natürlich, wir haben im Kollegenkreis auch wahnsinnig viel Spaß, also einer ging auch mal auf meine Kosten, da haben so die jüngeren Kollegen, denen ich irgendwie nachspionieren wollte oder einfach mich interessiert habe für die, die haben so einen Fake-Kanal angelegt bei unserem Slack-Kommunikationstool, wo sie so getan haben, was die jungen Leute angeblich tun und das stimmte alles gar nicht und dann haben sie mich dazu eingeladen und ich war wahnsinnig begeistert und habe sie gelobt, bis ich gemerkt habe, dass sie das alles von A bis Z erfunden hatten und hinter die Fichte geführt hatten und das war, einerseits war es natürlich ein traumatisches Erlebnis für mich, andererseits muss ich sagen, Hut ab, wer sowas hinkriegt, Mobbing auf hohem Niveau, dem steht die Welt offen. Ja, Mobbing nach oben ist ja glaube ich auch okay, oder? Heißt es Bossing, es kommt drauf an. Du wirst das auch kennen, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, ohne Frage. Aber Gabriele, was war dann dein Lieblingscover, wenn wir es schon so zuspitzen? Lieblingscover kann ich nicht sagen. Du hast vorhin gefragt, welches besondere Momente waren und wirklich einer der ganz besonderen Momente für mich und für uns alle war das Clue-Train-Manifest. Das haben wir, glaube ich, im ersten Jahr gemacht. Damals wurde das Clue-Train-Manifest überhaupt nicht registriert, weil die fanden das alle, also die meisten unserer Wirtschaftskolleginnen und Kollegen fand das ziemlich durchgeknallt. Wir fanden es grandios und haben ein Heft gemacht, in dem das wirklich gefeiert und zelebriert wurde. Wir haben dann auf dem Titel auch einen Goldfaden gemacht, obwohl wir damals so pleite waren wie immer, aber wir wollten das einfach irgendwie adeln und wichtig nehmen. Und darüber haben sich viele Leute amüsiert. Wir fanden es eine grandiose Ausgabe und ich glaube, dass sie damals auch definiert hat, dass Brand 1 nicht den Weg geht, den alle gehen, sondern dass, wenn wir so eine Sache wichtig finden und das Clue-Train-Manifest ist heute, glaube ich, für Marketingleute ein wichtiger Einschnitt, also so, dass wir uns dazu auch bekennen und dass wir auch aushalten, dass andere uns deshalb für Esoteriker, bescheuert oder sonst irgendwas halten. Jens hat ja schon versprochen, dass die aktuelle Ausgabe, die Jubiläumsausgabe, die beste ist, die ihr jemals gemacht habt. Warum sollte ich denn jetzt schnellstens zum Kiosk rennen und die kaufen, um Jens zu überprüfen? Ich glaube, es ist eine ganz schöne Mischung geworden aus kurzem Rückblick, wie ihn Brand 1 zu machen pflegt, also nicht selbst beweihräuchern. Der Teil, an dem es ein bisschen darum geht, unsere Arbeit zu loben, haben wir jemand anderem überlassen. Aber dann gibt es eben geordnet nach Titeln von uns und nach großen Themen von uns vier Rubriken, in denen wir ganz viele Geschichten machen, die ein bisschen symptomatisch für Brand 1 sind, also in denen wir mutige Aufbrecher zeigen, in denen wir zeigen, wie man Wirtschaft auch noch machen kann, weil das ist ja das Kernthema von Brand 1. Wir zeigen seit 25 Jahren, dass man Wirtschaft besser machen kann als das, was wir alle als Wirtschaft kennen. Und jetzt in diesem Heft versammeln wir das nochmal und haben ganz wunderbare Fälle gefunden, Ich habe gerade im zweiten Proof gelesen, eine für mich wunderbare Geschichte über den Oktopus und die Frage, was der Oktopus mit Wirtschaft und mit Veränderungen zu tun hat, findet eine ganz großartige Antwort. Genau, wir sollten alle vom Oktopus lernen, also das ist jetzt wirklich ernst gemeint, das ist eine tolle Geschichte. Eine meiner Lieblingsgeschichten in dieser Jubiläumsausgabe ist eine Geschichte über die Verkehrswende, die ja bei uns so ein bisschen hakt, wie so vieles. Und diese Geschichte über die Verkehrswende hin zur E-Mobilität, die spielt in Ostafrika, Überraschung. Und unser Autor hat ja akribisch recherchiert, warum sozusagen die globale Verkehrswende ausgerechnet in Afrika ihren Ausgang nehmen könnte. Hochinteressant, toll geschrieben, ja, eines meiner Lieblingsstücke. Gabriele Fischer und Jens Bergmann im Brandeins-Podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für 25 Jahre Brandeins und natürlich auch für die kontinuierliche Partnerschaft hier bei diesem Podcast. Ich danke zurück, lieber Christian. Dir auch, danke. Auf weitere 25 Jahre mit dir, Christian. Ja. Und die Jubiläumsausgabe der Brandeins findet ihr in diesem Monat in jedem gut sortierten Zeitschriftenregal, zum Beispiel beim Kiosk um die Ecke. Den Link zum Heft gibt es aber natürlich wie gewohnt auch in den Shownotes und auf unserer Webseite Detektor FM im begleitenden Online-Artikel. Nutzt zum Hören gern auch die in diesem Jahr general überholte Detektor FM-App, denn neben unseren Podcasts kann man dort auch unsere Livestreams hören. Songs und Podcasts lassen sich auch favorisieren. Meine Lieblingsfunktion ist übrigens Chromecast von Google. Airplay von Apple wird natürlich aber auch unterstützt. Die Detektor FM-App gibt es für iOS und für Android. Und wenn euch der Brandeins-Podcast gefällt und ihr uns noch nicht jede Woche hören solltet, dann folgt uns doch gern, wo auch immer ihr eure Podcasts hört, egal ob bei Amazon, Apple Podcasts, YouTube Music, RTL Plus, Spotify oder eurer Lieblings-Podcast-App. Das Folgen ist auf jeden Fall die einfachste Art, uns und unsere Arbeit hier zu unterstützen. In diesem Sinne gern bis nächste Woche hier in diesem Podcast. Der Brandeins-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brandeins-Magazin. Moderation Christian Bollert Christian Bollert Christian Bollert Christian Bollert Christian Bollert